Musik Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video Hier auf diesem Kanal, Ludwig Games, heute gibt es mal wieder eine neue Folge Clash Royale Ich glaube wir sind jetzt bei Folge 2 Wenn es mich jetzt nicht täuscht, bin ich schon durcheinander mit den ganzen Parts Ich schließe Bravo ganz kurz meine Kopfhörer an, dass ich etwas hören kann Ich glaube, ich höre etwas Ich weiß jetzt nicht, ob ihr etwas hört oder nichts hört Wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen für dieses 3-fach-Auswahl-Kram zocken Das ist nicht, ob ihr etwas hört oder nichts Ich denke schon Wir nehmen hier schon mal 4 Ähm Das ist eben Boah, wir finden das und ich will es machen Es sind die festlichsten Karten Ich mache es jetzt hier Ich finde die Spekodelle Ich finde Ich finde Obwohl es mir da Ich 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 muss doch jetzt mal die Aspegings setzen. Ach man, wahrscheinlich. Ich bin gleich vorher nicht so gut. Merkt man an meinen Tafeln. Ich habe irgendwie von dem Eisberg Angst. Nein, Spaß. Ja okay, gut. Knall. Knall ist halt keine gute Karte. Das war kein Horde. Oh nö. Boah. Ich glaube, der kann auch dann... Doch nicht. Egal. Geil. Der macht doch gar nichts. Ja. Und der Ramm. Den Turm. Das sieht hier ja auch sehr gut. Und... Der ist jetzt gegen Überlebte. Ja. Und der Ramm. Das sieht hier aus. Ja. Ja. Unser Experiment hat doch nicht überlebt. Gott! Der Aufnahme bekommen wird als... Nein, doch nicht. Ich habe das gerade wieder sehen. Ich habe es gerade wieder sehen. Ich bin gerade von der Leiter aufgeracht. Und das ist... Der Aufnahme wird dann verschiebt. Wenn er jetzt weg geht. Sorry. Sorry für den kleinen Ausdruck. Oh mein Gott! Nein! Nein! Oder? Nein! Ja! Wir haben die 51!